guten morgen zusammen wir haben jetzt ungefähr 9 uhr etwas später als bei euch ich habe mein glückversuch bei der tankstelle und wie ihr sehen könnt gibt es hier schon extrem viele autos die seit heute morgen 6 uhr gewartet haben habe ich gehört jetzt gerade kam die information dass es überhaupt kein benzin gibt das heißt heute gehen alle leer aus wann es das nächste benzin gibt keine ahnung aber wir halten euch auf dem laufen bis später